Kathi und Mats Hummels Ehe soll am Ende sein, und das schon seit Anfang des Jahres, wie jetzt herauskommt. Der Star-Kicker soll sogar schon eine neue Freundin haben, die 21-jährige Lisa Marie Straube aus Dortmund. Nun kommt ein weiteres, eindeutiges Indiz ans Tageslicht, das für eine Beziehung zwischen Mats und Lisa Marie spricht. Am 15. Juni postete Kathi ein Throwback-Foto ihrer Hochzeit mit Mats am sechsten Hochzeitstag und schrieb darunter, 15. Juni 2015, bester Tag meines Lebens, und am 11. Januar 2018 hast du mir das schönste Geschenk der Welt gemacht. Gemeint ist der gemeinsame dreijährige Sohn Ludwig. Unter dem Post befindet sich ein unschöner Fankommentar. Die Ehe ist wohl durch, ein sechs Jahre altes Foto posten und sich für das Kind bedanken. Keine geringere als Mats angebliche neue Freundin Lisa Marie soll genau diesen fiesen Kommentar vor zwei Monaten geliked haben. Mittlerweile hat die 21-Jährige den Like jedoch wieder entfernt.